Hallo und willkommen zur nächsten Folge, Hof Bergmann mit mir, dem Mark. Wir werden jetzt weiter spielen. Und zwar werden wir jetzt hier den Kompostmaster auch noch eben entleeren, der ist nämlich voll. Steiner produzieren, das heißt eben Klaas, Anhänger, drunter stellen und das Förderband. Das Förderband habe ich jetzt gerade schon runtergesetzt. TMS 320 S steckt wieder verkehrt fest. Das ist doch ein scheiß Teil. Naja, was wollen wir mehr? Dann fangen wir jetzt hier an einen schönen Punkt, wo wir wissen, da können wir runterfahren. Zack, zack, zack. Dann machen wir voll. Zack. Mit der Lenkachse ist das nicht ganz so geil bei dem. Äh, Apfelplantage auf. Scheiß. Ich muss ja nur das Talent abhängen. Vielleicht tausche ich dann auch, wenn ich mitwechsel, vielleicht die nur CB gegen anderen aus. Preislich gibt es ja doch, ja, die Magnitude oder so. Dann kann ich es jetzt zumindest mal mit CP hochschicken, ne. Weil der merkt dann immer, der kriegt dann nicht die Reihe, dann wird der immer größer und dann bremst der natürlich auch nicht. Das heißt, der heizt da wie zum Bekloppten, ne. Ja. Was schwillt's da machen? Nichts. Alles, was ich jetzt mache, ist das Tal abhängen und wieder fahren. Ich hoffe, das klappt jetzt auch gleich. Vielleicht sag ich dann, dass ich das einfach nur langsamer fahren. 20 Gramm reicht, ja. Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ja. I have control settings. Ah. Yakti, Ed. Ah, er schafft das schon. Ja, der lädt eigentlich ganz langsam. Das heißt, wir können jetzt anfangen, weiterzumachen, unsere Äpfel abzu-ernten. Jups. Zack. Da ist das modische rote Teil. Nehmen wir jetzt mal als allererstes der, der schon angefangen ist. Zack. V, B, das müsste, ne, nicht B. B, X. B, das müsste glaub ich reichen, um die einsammeln zu können. Gemeinde, da Schwarzschung. Ja, das war's doch. Das war's doch. Jo. das stand glaube ich auch in der auf der neuen Karte und dass das verbessert wurde das bei dem Apfel-Ding ist nicht so unheimlich viele stehen glaube das war so das finde ich immer noch eine relativ angenehme Möglichkeit dann stellen wir den wieder ja sicher tappen wir raus nicht drin reifen wie schön weit gekommen mhm, achso ok in was war der zweite oder dritte Reihe oder die klappt zack zack oh das hätte eine kaputte Scheibe sein können wie sieht das denn hier aktuell aus also keine Ahnung vier Tage aber noch zack 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 da war nicht noch Ich glaube, ich werde den auf jeden Fall austauschen. Damit werden wir jetzt mal ganz kurz oben zum Ghostmast auffahren. Ich kann mich jetzt direkt heben, was wir gerade Mist gebaut haben, technisch kurz in den Kluftladen. Und meine Schüppel und Klemmer, da steht, oh, Kompost, Klaas, ist voll, schön. Gleich mal eben da weg. Langsam, schneller. Boah, passt doch noch. Ob ich das da reinkippen kann oder ob das da neben geht? Du bist jetzt gleich schneller. Ja, sehe ich gerade. Also der Vorteil ist, dass wir gleich noch einen Anleg auf dem Fall kommen. Naja, wir fahren am besten lieber rückwärts raus. Weiß ich zumindest, sonst sollte auch heil da rausgehen. In dieser Saison werden wir uns wahrscheinlich um keine Filter kümmern können. Weil, wie ihr seht, wir nur am Aufräumen sind, schon mal am Vorbereiten, weil ich ja damit plane, dass ich, äh, oder dass, äh, bald die Hof Back und Reloaded rauskommt. Und dann zeitlich, dass halt einfach kackes ist, wenn man dann erst noch alles irgendwie aufrollen oder neu machen muss. Landet das auch da drin? Ja, landet das schon. Wahrscheinlich nochmal mit einem Anhängerchen vor. Mal. Darf ich denn daran anhangen? Ich glaub schon. Klappt doch. So. Ja. Läuft doch ein Stückchen trinken. 50.000 ist dann noch drin. Eigentlich müssen wir einen Anhänger noch so gut wie voll kriegen. Los, 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 los. Das hat immer so lange gedauert, das Laden. Ich möchte jetzt eigentlich nicht das Senninger komplett, weil ich das Federband leeren möchte, weil ich das gerne in den Dings hauen. Weil ich gerne den Mutterboden direkt auch noch aufladen möchte mit dem Federband. Weil die Kompostmasse fast leer ist. Das ist ein Fehler genau dort. Das sollte nicht mehr so viel beurteilen. Das ist ein Fehler. 1.000 Egen aus dem Haus. Nichts mehr. Das ist nicht mehr so viel. Das ist doch ganz mit dem Zentrum abfallen. Nach 1.000 Egen ist das nicht. Das ist nicht ganz viel. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb und das ist ein Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020